Informationen über Familienversicherte wie Alter, Einkommen und Familienstand sind für Sie als Krankenkasse bares Geld wert. In Zusammenarbeit mit Bitmark übernimmt CONFEMA Ihre Familienbestandspflege. Am Anfang stimmen wir mit Ihnen Termine, Layout und Bearbeitungsumfang ab. Wir kümmern uns um das Anschreiben an die Versicherten, mitsamt Abwicklung des Rücklaufs, Prüfung und Erinnerung. Die gesamte Bearbeitung wird optional mit einer Service-Hotline begleitet, auch mit Erinnerungen über Outbound-Calls. Wir bearbeiten unvollständige Unterlagen, fordern Unterschriften und fehlende Bescheinigungen an. Und wir stellen für Sie schwierige Sachverhalte fest, wie die hauptberuflich selbstständige Tätigkeit des Lebenspartners oder dem überwiegenden Unterhalt von Stief- und Enkelkindern. Abschließend aktualisieren wir den Datenbestand und stellen die Dokumente im Archiv zur Verfügung. Selbstverständlich revisionssicher. Familienbestandspflege ist aufwendig. Wir entlasten Sie nachhaltig von Routinearbeiten. CONFEMA